Hallo Leute, gestern sind die Pilger aus dem Film Footprints bei uns in Wien angekommen. Heute haben wir gemütlich gefrühstückt und danach die Stadt erkundigt. Am 10. November 2017 um 18 Uhr findet die Premiere im Village Cinema Wien Mitte statt. Versäumt das nicht. Dort werden Pedro und Isaac auch persönlich bei einer Podiumsdiskussion anwesend sein und ihre Erfahrungen über das Pilgersein geben. Danach kommt der Film, sukzessive auch in viele weitere Städte von Österreich. Am 16. November zum Beispiel machen wir Neustadt Salzburg und Linz. Jetzt grüßen euch auch noch Isaac und Pedro direkt. See you soon. Hey guys, see you there.